Merkst du einfach, ey, du wirst einfach immer sichtbarer. Das heißt, du wirst von alleine Anfragen bekommen. Menschen, die auf dich zugehen. Wenn sie dich nicht ansprechen, aber du sie dann ansprichst, ist deine Attraktivität als Company, als Kooperationspartner automatisch höher. Das heißt, die Leute sind natürlich auch direkt viel offener. Herzlich willkommen zu unserer nächsten Immolution Podcast-Folge und heute mit einem sehr spannenden Gast bzw. hier meinem Partner und vor allen Dingen einem super spannenden Thema, nämlich wann ist dein Marketing wirklich sichtbar bzw. wann greift es? Und dann merkst du vor allen Dingen, wann es greift. Yes. Was sagst du? Ja, es gibt viele Dinge dabei zu beachten. Also erstmal haue ich mal eine interessante Sache raus, die vielen Leuten, glaube ich, gar nicht richtig bewusst ist. Und zwar, sofern man in der Vergangenheit schon mal Geld in Marketing gesteckt hat, was es auch immer nachher ist oder wenn man generell bedacht darauf ist, seine Dienstleistung zu verbreiten, dann ist man immer sichtbarer, als man denkt zu sein. Also man ist sichtbarer, als man denkt. Warum? Weil man merkt ja erst, oder wie soll ich das sagen, man kriegt ja erst ein Gespür dafür, dass man überhaupt sichtbar ist, wenn ein Kunde mit einem in Kontakt tritt. Aber dass ein Kunde mit einem in Kontakt tritt, ist die letzte Stufe eines Prozesses im Bereich des Marketings. Das ist quasi der letzte finale Schubs, der entsteht, damit die Person sich bei ermeldet. Das heißt aber genauso, genauso wie du jetzt als Zuschauer wahrscheinlich uns schon etwas länger verfolgst und wahrscheinlich nicht die erste Podcast-Folge dir jetzt gerade anhörst, sondern vielleicht schon vier, fünf andere, vielleicht auch mehr andere Folgen angehört hast. Das heißt, du beschäftigst dich mit uns. Aber ich weiß ja gar nicht, dass du dich gerade mit uns beschäftigst. Das weiß ich ja erst, wenn du quasi dich bei uns meldest, weil dann weiß ich erst, wer du bist. Was ich damit sagen will, ist, jeder von den Leuten, die bereits Marketing machen, schieben eine Audience, also eine Gruppe von Menschen vor sich hin, die euch bereits kennen, aber euch ist gar nicht bewusst, dass es so ist. Absolut. Kannst du mir folgen, was ich meine? Absolut, total, ja. Das ist mal der erste Punkt. Jetzt gibt es natürlich auch den Gegenfall, dass man einfach noch nie wirklich Marketing betrieben hat. Aber hier kommt auch noch ein Thema genau da rein, was du gerade gesagt hast. Dieses Bewusstsein zu erlangen, dass Leute einen verfolgen. Ja. Und das heißt verfolgen, auch beobachten. Ja. Wie verhält sich der? Was macht der? Was hat der vielleicht für Werte? Finde ich den cool? Finde ich ihn nicht cool? Mag ich? Like it, like it. Und so weiter. Ganz wichtiges Thema. Dieses Bewusstsein zu erlangen, dass das, was man tut, beobachtet wird. Bist du interessant oder bist du nicht interessant? Ja. Also hast du eine gewisse Attraktivität? Also jetzt nicht nur in Form von Aussehen, sondern das, was du von dir absonderst. Ja. Mach das, schaff das einen Mehrwert. Gibt das einen Mehrwert? Ja. Das ist halt das ganz, ganz Wichtige. Und triffst du, triffst du den Kern der Sache, triffst du die Themen. Probleme der Leute. Genau. Triffst du die Probleme der Leute, die ihnen wichtig sind. Warum will jemand verkaufen? Weil, übertragen wir es mal auf einen Immobilienmakler, da ist ja die Situation die, dass denen gar nicht vielen, gar nicht bewusst ist, welchen Zyklus ein Verkäufer oder auch ein Käufer überhaupt mitmacht. Wie lange dauert das? Also vom ersten Gedanken. Und das Coole ist ja, wenn wir auch bei uns sehen, wie lange teilweise der Zyklus ist. Das ist ja genau das, was ich gerade beschrieben habe. Bis jemand da an diesen Punkt kommt, zu sagen, ja, jetzt nehme ich den Hörer in die Hand. Ja, das hat halt was auch damit zu tun. Am Ende ist es alles, alles hat am Ende was auch mit Vertrauen zu tun. Wenn die Person genug Vertrauen zu dir fassen kann, um sich final bei dir zu melden, oder einfach der Schmerz so groß wird, dass die Person nicht mehr anders kann als Verkäufer, wenn jetzt dieser Verkaufsdruck so groß wird, weil Scheidung, weil Geldnot, was auch immer es nachher ist. Wenn der Person das klar wird, dass es jetzt ist der Teilpunkt. Genau. Oder halt das Vertrauen an einem Punkt ist, wo man sagt, ey, wenn ich verkaufe, dann auf jeden Fall mit diesem Menschen, dann wird so eine Interaktion stattfinden. Und, warte, Leon, und vielleicht versucht er es sogar erst mal selbst, fällt auf die Nase, hat eine Bruchlandung, was auch immer. Und dann stößt er, jetzt kommt nämlich ein ganz wichtiger Punkt, ihr Lieben da draußen, er versucht es erst mal selber, weil er sagt, ja, ich bin ja der Superman, ja, ich bin cool. So, und dann scheitert er, es klappt nicht wirklich. Und dann kommt erst mal die Situation, kacke, wenn ich jetzt so weitermache, das funktioniert nicht. Oder ich war vielleicht bei einem Makler, der hat das nicht gut gemacht. Jetzt kommt erst das Bewusstsein bei der Person auf, der Gedanke, okay, jetzt gucke ich mich mal um. Wer kann mir denn eventuell helfen? Und wer kann mir den Weg zeigen? Ja, der Punkt ist ja, viele oder eigentlich alle Leute, wenn es darum geht, Entscheidungen zu treffen, handeln instinktiv so, okay, wie kann ich jetzt das geringste Risiko eingehen, bei maximaler Sicherheit, wie kann ich jetzt möglichst viel innerhalb meiner Komfortzone bleiben, und so weiter und so fort. Also, der Mensch probiert es sich ja immer sehr, sehr einfach zu machen, zumindest so, wie er denkt, dass es einfach ist. Absolut. Meistens ist das der viel schwierigere Weg. Also, ich kann euch hiermit versichern, und dafür bin ich auch bereit, alles ins Feuer zu legen, was ich besitze, dass ihr denkt, dass zum Beispiel ein Investment in ein Coaching- oder Beratungsprogramm bei uns euch Geld kostet. Ich kann euch sagen, es nicht zu tun, kostet euch viel mehr. Ja, es kostet euch viel mehr. Guaranteed. Im Übrigen ja genauso, wir müssen ja jetzt das auch wieder übertragen, es kostet ja den Verkäufer auch viel mehr, nicht über einen Makler oder über einen schlechten Makler zu gehen, anstatt über einen guten Makler, kostet den viel mehr Geld. Weil wenn man sich mal vor Augen führt, das heißt, da kann ich ja durchdrehen, wenn man sich vor Augen führt, dass die Person ein Jahr lang eine Immobilie von einem Wunschpreis Schritt für Schritt nach unten geht und am Ende die Immobilie sogar noch unter dem tatsächlichen Marktwert Bewertungswert verkaufen muss, weil er so wirre Entscheidungen getroffen hat. Ja. Ja, und hier eine ganz kurze Sache, Leon, weil die jetzt gerade hier sehr gut passt, ist die Tatsache, worauf basieren denn die Entscheidungen? Du hast es ja gerade schon angesprochen. Das Ding ist, beim Makler basiert ja die Entscheidung des Verkäufers erstmal auf der, nicht auf der Tatsache, dass es gute und schlechte Makler gibt, sondern auf seiner Betrachtung, die er hat. Nämlich der interpretiert Sachen da rein, weil er von irgendeinem Leuten, irgendwelchen Leuten gehört hat. Ja, der Nachbar hat gesagt, der Nachbar hat gesagt, Makler sind alle Kacke, ja, die können nichts und er hat vielleicht ein, zwei nicht so geile Erfahrungen gemacht. Und es ist ja egal, wo bei uns Leute, die sich mit uns beschäftigen, die haben ja genau die gleichen. Ja, ein anderer Makler hat gesagt, dies, das. Ja, das ist alles nur, also die Einstellung der Leute beruht ja nicht auf Wissen in den meisten Fällen, sondern die beruht auf irgendwelchen Erfahrungs- und Referenzwerten, die sie über Ecken von irgendwo mal aufgeschnappt haben, die aber irgendwie, das ist eine These, aber das ist kein Wissen. Ich habe ein krasses Beispiel gerade, das passt da super rein. Ich habe gestern mit einer Kundin gesprochen, sie war bei ihrem Steuerberater und da gibt es ja einige Coaches mittlerweile in Deutschland oder Firmen, Unternehmen, Consultant, die zum Thema Steuern, ich sage mal, wertvolle Informationen rübergeben. Mehr würde ich dazu gar nicht sagen. Ich sage mal, wertvolle Informationen und vor allen Dingen eine Sache finde ich besonders wertvoll, nämlich die Tatsache, dass sie sagen, pass auf, Steuern sind Chefsache. Also das heißt, du musst dich damit beschäftigen, was in Sachen Steuern, Unternehmenssteuern und so weiter und so fort richtig und falsch ist. Und mehr brauchen wir da gar nicht zu zu sagen. Pass auf, jetzt gibt es aber eine ganze Vereinigung, nämlich die Steuerberatervereinigung, die gegen diese Leute kämpfen. die kämpfen gegen die und das ist so krass, weil dann sage ich zu meiner Kundin, hast du den mal gefragt, was er denn eigentlich weiß darüber, was der Coach oder die Firma den Kunden darüber erzählt? Also ob er überhaupt Inhalte kennt? Natürlich nicht. Was sagt aber der Steuerberater? Der Steuerberater sagt, ja, das geht ja gar nicht, das muss man ja total individuell prüfen, was da das Richtige ist. Oh, nächste Frage. Nächste Frage an den Steuerberater. Wann haben Sie mir eigentlich den letzten Tipp gegeben, was ich tun soll, um meine Steuern zu optimieren? Oh, oh, keine Antwort, Kommunikationsverzögerung, ha, 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 kam gar nichts, Lulu, nothing. Das Ding ist, dass Menschen da draußen rumlaufen, ob im Marketing oder nicht im Marketing Verkäufer oder Makler oder andere Coaches und über andere Coaches erzählen. Das Ding ist einfach folgendes, sammelt wertvolle Informationen, ja, guckt genau hin, was ihr da wirklich tut, ja, und das, das allerkrasseste ist immer, wer hat eigentlich welche Absicht? Ja, was steckt dahinter? Leute, wirklich, ey, also, weißt du, die Dinge mal so zu sehen, wie sie wirklich sind. Absolut. Das ist ja, was wir ja auch immer überlegen, nicht überlegen, sondern erleben, wenn ich so unsere Kommentare unter unserer Werbung teilweise lese. Aber das ist ja, das ist ja, weißt du, weißt du, so Hate, Neid und das ist, weißt du, wer, Leute, die so in den Kommentaren unterwegs sind, sorry, aber das ist ja wirklich, sowas kommt ja von unten nach oben. Ja, das ist ja, ist ja zweifelsfrei, aber trotzdem, ich find's ja lustig. Es ist auch lustig. Ich ärgere mich ja nicht. Es ist übertrieben lustig. Ich ärgere mich ja überhaupt nicht. Ich find das wirklich krass, weil ich versetze mich manchmal so in die Lage, was ist das für ein Mensch? Ne, was denkt der vor allem? Ja, genau, was denkt der, was denkt der, wenn der so auf Instagram ist und dann so irgendwas da drunter schreibt, ohne die Person zu kennen, irgendeine Scheiße labert, die der gar nicht beurteilen kann und dann klickst du auf das Profil und dann ist das einfach ein Fake-Profil oder der hat nicht mal ein Bild drin, das heißt, das ist einfach so ein Internet-Rambo, ja, der, oder Internet-Terrorist, einfach irgendein Troll, irgendein Troll, der gar keine Ahnung hat, aber lass uns nicht abschweifen, weil wir sind beim Thema Marketing. Ich will trotzdem noch mal bei diesem Thema das gerade kurz finalisieren, weil ich, wirklich witzig, guck mal, dann schreiben dann Leute da drunter, ja, wenn das alles so geil wäre, was ihr da macht, dann bräuchtet ihr ja gar keine Werbung und da siehst du schon, das ist die dümmste Aussage, die ich je gehört habe. Das ist wirklich, das ist so dumm, das ist so dumm, dummheitlich, nicht wissen, das ist vollkommene Ahnungslosigkeit, also wirklich absolute Ahnungslosigkeit und dann hatte ich letztens einen, der hat auf eine Story, der wollte wirklich mich ein bisschen dissen, da meinte er, ja, kannst du auch, du Superman, was anderes als dumm rumlabern, so, dann sage ich, komm doch mal zu uns, setz dich doch mal ein mit uns. Ich habe halt nur drunter geschrieben, ich habe es also drunter geschrieben, so nach dem Motto, ja, ich setze das um, wovon ich, was ich so labere. Das ist mal das eine. Dann sagt er, ja, du Superman. Dann sage ich, korrekt. Und dann hat er, und das war natürlich, da hat er es richtig Gas gegeben, da hat er so richtig, so eine ganze Batallion, ja, und Rolex, und da musst du, meinst du, du musst auf dicke Hose machen und so weiter und so fort. und du weißt ja, wie ich zu Rolex stehe, aber das ist jetzt mal ein anderes Thema. Aber end of the day ist es ganz einfach so, deshalb wollte ich darauf nochmal eingehen, ist, daran erkennst du, dass dein Marketing zieht, dass du nämlich Aufmerksamkeit bekommst, ja, und nicht nur von, von der schlechten Seite, sondern auch von der guten, und auch das verstehen vielleicht viele nicht, das ist ja im Endeffekt Engagement. Das heißt also, je mehr Kommentare, umso besser. Ja, logisch. Ja, das heißt, da passiert ja was dadurch. Also das ist jetzt nicht, wo jemand da draußen sich Sorgen machen sollte. Erstens kann man die Leute blockieren, also man kann sagen, pass mal auf, du jetzt nicht mehr, weil man einfach sagt, pass auf, muss ich nicht haben. Ihr müsst das auch gar nicht, euch lange mit beschäftigen, mit so einem Zeug. Ach man, da wird gelacht, gut ist. Weg, aber nur wichtig, das ist daran, erkennst du, dass du irgendwas richtig machst. Also wenn du Neid, wenn du Hate generierst, dann weißt du, du kannst so falsch nicht liegen, weil du triggerst Leute da draußen. Ich habe jetzt ein anderes Thema, genau auch in diesem Thema Marketing oder Sichtbarkeit, woran merkst du, dass du überhaupt sichtbar bist. Ein wichtiger Punkt ist, ist, dass Menschen, die Marketing machen, im Speziellen jetzt Makler, weil ich das halt auch bei uns beobachte einfach, ja, ich habe das gemacht, das hat nicht funktioniert. Eine Sache ist ganz wichtig, die Dinge funktionieren einzeln, nie so gut, wie in der, wie in einer Kampagne, also wo bestimmte Dinge aufeinander aufbauen, wo auch bestimmte Dinge miteinander kombiniert werden und ihr müsst euch das so vorstellen, ihr macht da eine Sache, dann macht ihr zeitgleich da eine Sache, dann macht ihr da eine Sache, dann macht ihr da eine Sache und irgendwann entsteht ein Sog-Effekt und dieser Sog-Effekt ist das, was euch wirklich nach oben schießt, euer Business. Das heißt, wenn ihr hingeht, als Beispiel macht eine Flyer-Maßnahme, ein Flyer und guckt, was passiert und dann macht ihr wieder sechs Monate gar nichts, dann ist das absolut falsch. Dann kann das gar nicht so funktionieren, wie wenn ich diverse Dinge in der richtigen Kombination von Medien, in der richtigen Kombination von Botschaften auf die richtige Art und Weise umgesetzt, also auch das Wie beachtet und nicht nur, dass man es gemacht hat, etc. Dadurch entsteht wirklich Erfolg im Marketing, dadurch entsteht ein Sog-Effekt, dadurch schafft man wirkliche Sichtbarkeit und Präsenz, die einfach zieht. Im Übrigen hier kleiner Spoiler an dem kleiner Spoiler-Alarm, wir werden ja in Kürze ein sehr cooles Webinar, kostenfrei, gratis, 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 Alarm, Alarm, genau zu diesem Thema, zum Thema Sichtbarkeit, Branding, Aufbau und so weiter. Das wird in Kürze folgen, also noch jetzt im Monat August 2024, werden wir das machen. Ich glaube, Ende August, glaube ich. Ja, weil wir wissen ja jetzt noch gar nicht, wann die Folge rauskommt. Ja, egal. Das müsste davor sein. Das wird auf jeden Fall vorher sein. Die Folge wird vorher rauskommen. Müsste davor sein, genau. Ja, finde ich einen super coolen Aspekt. Also es ist letztendlich einfach ein Mix, der am Stand kommt. Ja, und die Leute dürfen halt nicht davon ausgehen, dass wenn sie jetzt mal eine Sache gemacht haben, dass sie dann jetzt sagen können, voller Stolz, du, ich reinvestiere Geld in Marketing. Also erstmal kann man sich die Faustformel setzen, dass 20% des Umsatzes in Marketing investiert werden sollten, aber das sollte eigentlich jeder wissen. Ja, und wer das nicht macht, und das machen die meisten faktisch nicht. Wobei, wobei hier eine ganz kurze Sache, Leon, 20% des Umsatzes würde ja bedeuten, ich hätte nur unter Anführungsstrichen einen ROAS, Return on Ad Spend, von 5. Also, und das ist beim Makler unter Garantie deutlich höher. Ja. Also es wird deutlich mehr sein. Also wenn du wirklich 20%. Also ROAS heißt, für die, die es nicht wissen, Return on Ad Spend. Das heißt, wenn du 1.000 Euro reinkriegst, wie ist der Faktor? Fünf oder zehn, genau. Genau, wie ist der Faktor, dass es zurückkommt? So, das bedeutet aber, und das können wir wirklich, das kann man, wenn man es so gut macht, hier ist das Wie natürlich sehr entscheidend, also nicht nur das Was, sondern das Wie vor allen Dingen. Also der Faktor wird höher sein. Wenn ein Makler wirklich echt Investment in sein Marketing macht, wird er einen höheren Faktor haben. No by the way, gesagt, ne? Ja, genau. Okay, ich würde sagen. Ne, warte, ich habe noch einen Punkt. Ja. Und zwar so mal zum Mitnehmen. Wann, wir haben ja die Ausgangsfrage war ja, was zum Thema Sichtbarkeit und vor allen Dingen, woran erkennst du, dass deine Maßnahmen wirklich greifen? Wir haben ja einen Punkt gehabt, nämlich den Punkt, wenn Hate kommt, wenn Engagement kommt, dann merkst du, passiert was. Ich möchte aber nochmal zwei Dinge dazu sagen, die sehr wichtig sind, um wirklich zu sagen, jetzt merkst du, dass es passiert, dass es greift. Und hier will ich einmal meinen wirklich super tollen Kunden Adil Hersan, herzliche Grüße an Hersan Immobilien, hier erwähnen. Mit dem war ich mal von der Zeit Essen, was wir natürlich regelmäßig tun mit unseren guten Kunden. und ich bin mit dem im Restaurant gewesen und da stürmten wirklich mehrere Leute auf, Mensch, Adil, geil, ich habe wieder Flyer von dir gesehen, ich sehe dich überall, ey, du bist ja total am Start. So, das ist ein Indikator. Wenn du angesprochen wirst, du wirst angesprochen auf das, wer du bist und was du tust. Und die Leute feiern das, weil sie wollen ein bisschen Teil von dem Fame sein. Das ist total spannend. Sie wollen ein bisschen von dir haben. So ein bisschen Anerkennung und danke, ein bisschen Wertschätzung. Daran erkennst du erst mal, du bist auf dem richtigen Weg. Punkt Nummer eins. Und bei mir war es, bei mir oder bei uns war es ja so jetzt, also ich bin jetzt schon mehrfach auf dem Flughafen angesprochen. Ich fliege ja öfter hin und her und mehrfach angesprochen worden, jetzt gerade kürzlich wieder. und auch als wir aus Zypern kamen, ja, bist du der Heinz Bosbach? So, das ist jetzt noch nicht so krass, dass ich mich verstecken muss, aber auch da merkst du einfach, ey, du wirst einfach immer sichtbarer. Und das eben interessanterweise nicht nur, nicht nur in der Maklerszene. Und wenn ihr das als, also wenn die Makler das im übertragenen Sinne macht, das heißt, du wirst mehr Anrufe bekommen von zum Beispiel Kooperationspartnern. Das heißt, du wirst von alleine Anfragen bekommen. Menschen, die auf dich zugehen. Deine Sex. Auch umgekehrt wird ja, selbst wenn du sie, wenn sie dich nicht ansprechen, aber du sie dann ansprichst, ist deine Attraktivität als Company, als Kooperationspartner automatisch höher. Das heißt, die Leute sind natürlich auch direkt viel offener, mit dir zusammenzuarbeiten und zu kooperieren. Also es entstehen durch Sichtbarkeit und durch Bekanntheit einfach extrem große Benefits, wenn man weiß, wie man sie richtig nutzen soll. Genau, also das heißt, hier kann man sagen, Bekanntheitsgrad setzt Expertenstatus voraus. Je bekannter du wirst, umso mehr. Ja, absolut. Desto höher ist dein Expertenstatus. Und vor allen Dingen, die Attraktivität steigt, Sexiness steigt. Also das hat so viele schöne Seiten und Randeffekte. Und vor allen Dingen, du kannst ja natürlich dann auch mehr und mehr Dinge aussuchen. Du hast auch nicht mehr diesen Engpass, dass du jetzt auf die... Dass du von allem abhängig bist. Ja, du musst halt nicht jeden toten Gaul reiten. So, und das ist ja gerade für Makler auch sehr, sehr wertvoll, wenn sie halt eben nicht wirklich jede, auf jede Immobilie irgendwie sagen, ah, das kriege ich noch irgendwie hin und eigentlich habe ich gar keinen Bock. Ja. So, und das soll halt nicht sein, weil du sollst ja das machen, worauf du Bock hast. Und am Ende des Tages soll das Business ja auch Spaß machen und nicht immer nur die Dinge zu tun, die dich stressen und unangenehm sind. Und das ist schon ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Dafür brauchst du halt wirklich gute Power im Marketing. Ja, und dafür sind wir natürlich die richtigen Ansprechpartner, euch zu zeigen, wie das geht. und sich eben nicht nur auf, du hast es gerade gesagt, einen Kanal, wie zum Beispiel Liedkauf, also Liedkäufe oder vielleicht auch nur Kaltakquise, wo vom Grunde genommen nichts dagegen spricht. Aber es ist halt kacke, wenn du von einer Sache abhängig bist. Es ist halt nicht sexy. In diesem Sinne. Ciao. Ciao. Ciao.